Heute zeige ich euch fünf Tipps, wie ihr am besten eine Arzneimittel anwendet. Hallo, mein Name ist Armon Ottersberg, ich bin PTA an der Medias Apotheke Amoranienburgator und heute zeige ich euch fünf Tipps, wie ihr am besten eine Arzneimittel anwendet. Der erste Tipp geht über die Tabletten. Ihr kennt es bestimmt, ihr bekommt vom Arzt ein Rezept über Ibuprofen, 600 Milligramm und sollte nur 300 Milligramm nehmen. Da kennt ihr das ganz bestimmt, dass man diese Tabletten teilen muss. Das Besondere daran ist, man sollte wirklich darauf achten, ob die teilbar sind. Viele Tabletten haben nämlich eine sogenannte Bruchkerbe. Das ist quasi dieser Schnitt in genau der Mitte einer Tablette, wo man wirklich durchbrechen sollte. Sollte die nicht vorhanden sein, darf man diese Tabletten nicht durchbrechen. Außerdem sollte man darauf achten, dass es wirklich Bruchkerben sind. Es gibt sogenannte Schmuckkerben, die sind einfach nur da, damit das Pharmaunternehmen diese Tabletten unterscheiden kann. Ebenfalls sollte man magensaftresistente Tabletten nicht durchbrechen, weil die dann nicht mehr den Magenschützen und der Wirkstoff in der Magensäure kaputt gehen würde. Tipp 2 geht es um die Augentropfen. Jedes Mal, wenn ich mir ein Tropfen von meiner Augentropfflasche in den Augenbindesack geben möchte, geht der meistens daneben und landet nur auf der Nase. Dabei gibt es einen ganz klaren Tipp, wie man das vermeiden kann. Im besten Fall legt man sich einfach hin und schließt die Augen und gibt einen Tropfen der Augentropfen wirklich hier in den mittleren, in den Innenbereich zwischen Nase und Auge und dann öffnet man einfach das Auge. Dadurch fließt dann das Mittel einfach ganz entspannt ins Auge rein und verteilt sich super. Tipp Nummer 3, da geht es um das Zöpfchen. Alle Eltern kennen es, wenn mal das Säugling oder das kleine Kind Fieber hat, dann kommen diese Fieberzöpfchen ins Spiel. Die meisten allerdings schieben es ganz falsch rein. Man denkt natürlich, die spitze Seite des Zöpfchen lädt dazu ein, das vorab reinzudrücken. Genau das ist aber der Fehler. Das Zöpfchen muss andersrum reingelegt werden. Sprich, man nimmt die platte Seite des Zöpfchens und geht damit voran durch den Rektalbereich. Das hat einfach den Grund, sobald sich der Schließmuskel schließen tut, schießt das Zöpfchen quasi durch und rutscht damit nicht mehr raus und kommt den Eltern auch nicht mehr entgegen, wie man es sonst kennt. Beim nächsten Tipp geht es um das Nasenspray. Jeder kennt es, jeder Dritte benutzt es, einfach durch die Nase schießen. Aber es gibt genau einen Tipp, wodurch man diese Therapie sogar verbessern kann. Einfach die rechte Hand nehmen, dort wo das Nasenspray drin ist und dann ins linke Nasenloch damit reinsprühen. Dadurch verändert sich zu einem der Sprühwinkel und zu anderem wird auch die Nasenscheidenwand nicht betroffen. Das ist ebenfalls ganz gut daran, weil einfach diese sehr stark empfindlich ist gegenüber den Arzneimitteln. Das gleiche macht ihr dann einfach mit der linken Hand, das Nasenspray nehmen, aber dann ins rechte Nasenloch. Somit verteilt es sich einfach viel angenehmer. Was man vielleicht auch noch machen sollte, ist einfach ein bisschen mit dem Kopf zum Boden schauen, damit sich dieser Sprühwinkel noch umso einiges verbessern kann. Bei dem letzten Tipp handelt es sich um die Kapseln. Manchmal hat man ja extrem große Kapseln und von der Kopfsache her traut man sich dann gar nicht mehr, die runterzuschlucken oder man glaubt selber, man schafft es nicht. Selbst dort gibt es einen Trick, dass das Schlucken angenehmer macht. Ganz einfach die Kapseln mit viel Wasser in den Mund geben. Hat einfach den Hintergrund, Kapseln schwimmen immer auf Wasser. Sprich, wenn ihr dann noch euer Kopf ein bisschen weiter nach vorne beugt, kommt es dazu, dass die Kapsel mehr nach hinten rutscht und beim Schlucken als erstes den Magenraum erreichen tut. Man kennt es sonst aus Filmen, dass die Leute sich einfach eine Kapsel reinschmeißen und dann den Kopf in den Nacken heben. Das sollte man eher vermeiden, weil das erleichtert jetzt nicht, das zu schlucken, sondern erschwert es umso einiges. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, lasst uns einfach gerne einen Kommentar da. Ich könnte auch ebenfalls gerne einen Like da lassen. Dazu solltet ihr noch andere Fragen dazu ganz genau explizierte Fragen haben, könnt ihr uns jederzeit per Telefon oder E-Mail oder ihr kommt einfach selber mal zu uns vorbei. Einfach reinkommen und uns dann oder unser Personal dann befragen. Wir sind dann auf jeden Fall jederzeit für euch da und danke.